Wir brauchen ein Team für eine Straßenrazzia in der Gegend. Levi, fangt an! Ich weiß einfach nicht, warum du das machst. Ja, ist mir schon klar. Du kannst einfach zu Menschen keine richtige Verbindung aufbauen. Und weißt du was? Weglaufen löst deine Probleme auch nicht. Mach das Telefon aus! Steck das Fert rein! Wir haben was gefunden! Guter Junge. Ich beobachte ihn seit einem Jahr. Er ist der aggressivste Hund, den ich jemals hier hatte. Braucht ihr wirklich noch eine Pause? Er braucht eine Pause. Du kriegst deinen Hund. Hast du verstanden? Er gehört dir. Ich habe verstanden. Denkst du, ich habe Angst vor dir? Leg dich hin. Rex, leg dich hin! Da kommt ein Wagen! Waffen hoch! Wieso bist du hier? Ich wollte was in meinem Leben verändern. Wir werden morgen versetzt. Eigentlich sind wir noch gar nicht so weit. Ihr sichert! Levi, überprüf den Wagen! Komm schon, gehen wir. Wo ist mein Hund? Ich muss ihn sehen. Nein, nein, Kauper. Du kommst nicht zurück in mein Haus wie ein großer Kriegshennig in Ruhe, Mom! Du kannst doch nicht wegen einem Hund dein ganzes Leben wegwerfen. Dieser Hund hat mein Leben gerettet. Bitte ändern Sie seine Klassifikation. Dann kann ich ihn adoptieren, wenn er zurückkommt. Das sind keine Haustiere. Das sind Kriege. Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Senator, könnte ich einen Moment Ihrer Zeit haben? Sein Name ist Rex und er hat sehr viele Leben im Irak gerettet. Wie sagten Sie da ihr Name? Corporal Megan Levy. Alles, was du tun musst, ist kämpfen. Und du weißt, wie man kämpft. Du bist ein verdammter Marine. Was würdest du zu Rex sagen, wenn er hier wäre? Wahrscheinlich würde ich ihm danken, dass er mir gezeigt hat, was Liebe ist. Boa! Ciao!